Ja, der Spezielle ist sicher, es hat fast keine geschraubten Verbindungen. Es ist sicher nicht ein 0815-Knebelstahlbau. Wir werden ihm einen sehr würdigen Platz geben. Wir haben auch überlegt, dass wir ihn so ein bisschen als Wanderpokal werden benutzen. Wir haben ja zwei Standorte hier in Basel. Aber natürlich würde ich schon schauen, dass er mehrheitlich in meiner Nähe ist, weil ich mich schon sehr verbunden fühle damit. Mir persönlich bedeutet das extrem viel. Wir hatten eine lange Geschichte in diesem Projekt. Zusammen mit den Architekten, den Kurs am Wettbewerb zu gewinnen, waren wir zusammen für die Realisierung unterwegs. Das Erfolgsrezept in diesem Projekt war eindeutig das gute Zusammenspiel des ganzen Teams. Man hat immer zusammen am gleichen Strick gezogen. Man ist sich nicht immer einer gesehen. Aber das Projekt ist im Zentrum gestanden. Man hat alles gemacht, was gelingt vom Projekt. Das Projekt ist sehr schön zu lassen. Cool. Jetzt weiter. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.